Hallo, du meinst? Ich brauche dich nicht ausschalten, das ist süßes. Das ist süßes. Das ist auch schön. Das ist ein Rinnatik. Das ist ein Rinnatik. Keine schnellere Kotze. Das ist ein Rinnatik. Das kommt jetzt nicht. Aber das kommt immer zu. Wo bist du denn jetzt? Ah, extra schön. Also draußen. Ach so. Und wie ist das Rinnatik? Dass ich da frei war. Ja, ja. Ich hatte uns. Ja, wenn ich dir helfen, das fangen wir gar nicht an im Haushalt. Dann ist die Kronprin. Zack, war so ein Roboter da. Und dann läuft der. Gell? Das ist eine Schlafsache. Wir wollen dann wieder aufzeigen. Ja, wir haben es schon. Und dann hat er gesagt, ich schlafe zu wem. Ja, ich schlafe zu wem. Ja, ich schlafe zu wem. Ja, ich schlafe zu wem. Ja. Ja, ich schlafe zu wem.